Oh, ich habe noch ein Heli. Ja, das ist er. Siehst du mich? Ich winke. Ich winke. So ist ein Grenzleier hoch, auf dem Felsch gebannt lang. Hey, Pisschock. Nothing for you. Schießt du oder was? Bist du das? Ja, ich habe verstanden einer. Masse ist am Betten sicher. Ich kriege den Schlüssel nicht, Alter. Der Masse ist weg. Ja, hier ist die Brücke hier hinten. Oh nein, hier ist einer. Warte, lauf weg. Ich komme gleich. Ja, mache ich gerade. Hinten an der Brücke. Okay. Ich frage mich da, wie der da hoch ist. Wenn der weg ist, kann ich passieren. Ich höre ihn schießen, den Hundesorgen. Ja, der schießt mir hinterher. Das Arschloch. Genau, der Brücke auf der Kläne hinten. Wo wir drüber gerannt sind. Ich sehe ihn nicht. Oh, da sind ja zwei Brücken. Vom Feld aus. Die aus der Brücke. Ich habe hier die Schüsse gehört. Okay, was ist zuvor? vielleicht hat er mein schlüssel ich hätte ja dann schließt doch auf ich würde meine waffe holen und dann geht's los da bin ich hier ist der Brücke hier bist du doch ich muss ja mal an den Holzstapel hier hin da liegt glaube ich was von mir was wo ist mein Zeug ich sehe es nicht das ist doch dumm sowas war da hier auf dem Holz oben achso ne hier liegt nichts dann nimm dir Zeug von den Pennern da das sind solche Arschlösser schnell sammle schnell einen bevor die Idioten wieder kommen wir liegen überall rum wir kommen hier über die kleine Brücke da am Innenhof hier liegt schon mal einer ja 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 CQB wir müssen das Ding zum aufschließen hier vorne ach so da drin in dem in dem in der Holz in der Holz hat aber auch irgendwas zum aufschließen was hast du denn für einen Schlüssel schießt du? ja man wir haben doch die Arschlöcher alle schon umgebracht alter ist da immer weniger? oh da ist noch einer oh da siehst du nur das Glas alter 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 ja dann wie von hinten die ist aus die kann hier das Glas kaputt gehen und die Wand nicht verarschst du uns doch alter mir eine gegeben ja ich soll das Haus rennen schnell ja ok einer ist tot oder ist er weg der Hand? ne da ist noch einer was ist denn das? ja ich wurde gekillt was ist das? ja ja wenn kein Name dran steht hatte ich einen NBC erschossen mhm bei der Landezone? mhm ach so Landezone mhm ja wenn kein Name dran steht hatte ich einen NBC erschossen kann auch an der Landezone passieren also nicht direkt wenn du aussteigst aber wenn du ein paar Meter läufst was musst du auspriesen? das weiße Ding hier ja aber dann lass mich erst mal gucken bringt das hier überhaupt irgendwas? nö jetzt habe ich ein Survive-Kit und es bringt gar nichts alter das will er denn von mir aber ich komme hier hinten unter einer schwere Prellung aber ich habe schon die scheiß Mantage benutzt also kriegt es nicht weg der blöde Hund jetzt alter so ein Müll ja hier vorne an der Brücke hab ich ok hier 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 hinter dir noch einer ja lad grad nach nein hab ich ey die haben ja schon wieder eine Blutung verpasst alter mhm wollt ihr mich verarschen? die kommen jetzt alle wieder das ist doch blöd alter da sind die hier rein ja das sind die Ohre rein kommen da war da sind die Ohre rein kommen 1045 da war geil die haben ganzen Einnahmen da hab ich den weggenommen achso ich habe gar keinen Rucksack wo bist du? hä? na hier in dem die Seite nochmal wo ich aufwiesen soll ne jetzt müssen wir erstmal die Bude suchen wo ich hin muss ja das möge ich ja das muss irgendeine mit flachem Tach sein aber ich weiß nicht wo die ist aber wir sind ja auf dem Scheißbombaum schon ewig rumgerannt ja jetzt wirst du nicht auch was gefunden zum aufwiesen ja und das war's nicht steck hieß das letzte Haus steck hieß steck ja hab ich hab ich ok alter ihr Fotzen jetzt reicht's mir ja mit euch Mann Junge andauernd schon wieder ne Blutung am Sack kann das sein dass man vom Helikopter sterben kann? ja hast du mal geprobiert? ne ich stand vor dem Helikopter mhm ja wird dich dann wegrammen wenn er startet da jeder da ist ja kein senkrechtstarter da fliegt ein bisschen nach vorn mhm ok du probierst aber auch alles aus ja lässt nichts unversucht also im echten Leben würdest du das auch nicht machen musst du mal davon ausgehen was mache ich im echten Leben ja im echten Leben würd ich niemals im Dschungel fliegen ja bestimmt jetzt bist du ja schon mal da da musst du halt was so als gegeben hinnehmen wo ist denn diese Drecksbude alter ist denn das die Möglichkeit ich hab hier noch gar nichts gesehen es ist doch blaue Lagune ja checkkey kann doch bloß dahinter so sein ne ich glaube nicht dass das da draußen ist da hätten wir hier nicht so einen Widerstand gehabt da ist aber checkkey checkkey und da hinten ist das mit check ja das ist da hinten der Holz die Holzhütte aber das ist nicht die Hütte die ich brauche ja aber irgendwas muss ja da drin wenn es da Flüttel gibt naja der ist auch nicht mein meine Quest wenn ich ganz da hingucken was ist das ich hab jetzt sonst keine Hütte gefunden hier mit Flüttel die waren ja alle offen bis jetzt ne da ist noch so ein Büro ah ich hab's hier ist es hier vorne ah so hier muss jetzt irgendwo was rumliegen ablitteschön reingesackt warte was hab's eigentlich doch doch boah wo ist es ja hä hier war da gerade ein Punkt ne jetzt nicht mehr hä ne da hat er noch nicht ne da hat er noch nicht ok da lad ich mal das Essen hier das ist doch Wahnsinn hier ne hab schon keine Möchition hier halber 5 5 6 hm soll ich den die hernehmen die haben beide nicht sowas ach so die Waffe ist eigentlich gut die zehn Kubrii Ich glaube, einen habe ich gesehen, der so eine Waffe hatte. Würde ich sagen. Da sind die Checkdinge drin. Das würde mich interessieren. Da gehen wir jetzt hin. Wenn es da ein Stüttel gibt. Irgendwas. Es waren ja genug Leute, die es bewacht haben. Die sind aber vorbeigelaufen vorhin, Alter. Na ja, wir haben nicht nach hinten geguckt. War ja unter Beschuss. Richtig. Wir müssen bei anderen den gucken. Da muss doch einer von den Piss petten, muss doch auch mal hier einen Schlüssel gehabt haben, Alter. Gehe rede schon. Du musst vor, über die Brücke, da vorne. Keiner hat hier den scheiß Schlüssel, Junge. Das ist doch dumm. Den 5, 5, 6, Alter. Doch hier, 5, 4, 5. Reicht es, ist das? 5, 4, 5. Das ist bei, die AK-Munition. Nee, ich habe hier die BQ A1. Ach so. Nee, das ist 5, 5, 6. Die habe ich, ah, wo habe ich die gesehen? Bei dem hier hinten? Ich bin mir aber auch nicht sicher. Da ist so viele schon angeguckt, Alter. Ja, sonst muss ich mal halt der andere Wache nehmen, dann. Das ist gar nicht. Hier liegt einer. Da hat glaube ich eine AK, wie es aussieht. AK, MFN. 7, 6, 2. Ja, da muss ich die nehmen. Das nützt nicht. Da hat auch eine AK. Da muss ich die halt weghauen hier. Ja, und die nehmen. Mann, Alter, keiner hat einen scheißverdammten Schlüssel für mich. Na ja, gut. Lass uns hier schnell in den Holzschuppen rein und dann abhauen. Ja, das wird noch nachladen. Hier ist aber offen. Da ist schon noch ein Raum. Ach, hier. Ah, hier. Ah. Was gibt es jetzt hier schon? Das ist ein vollgepisstes Nest. Na, gibt es gar nichts, Alter. Aber peinlich, weil wir die Aufgabe noch nicht haben. Aber ist das nicht schlimm? Einen Schlüssel haben wir schon. Ja. Das heißt, wir müssen uns nochmal durchschleppen für irgendwann. Ich will aber auch mal ein paar Schlüssel haben, Alter. Du kriegst immer Schlüssel. Ich kriege immer keine Schlüssel, Alter. Das gibt es mir ja nicht. Ich lege Leute um und suche Fickerfurch. Und keine Sau hat einen scheiß Schlüssel für mich. Wasser, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich kriege ja keine Schlüssel. Das ist wie ein beschissenen Drecks. Farkov, krieg ich auch nicht Schlüssel. Immer muss die scheiß Kurven. Das sind Drecksgames, Alter. Langsam geht es mal auf den Sack. Hier vorne ist auch noch ein Ding zum Abschließen. Aber ich habe die Leute durchsucht. Denkst du, hat einer einen Drecksschlüssel? Den müssen wir dann eh noch haben, ey. Einer muss den haben. Das gibt es doch nicht. Blut macht es bloß hier. Office. Du kannst doch nicht auftreten, ja. Gibt es nicht, ja. Jetzt sind die Bastarder hier auch schon verschwunden. Naja, komm, lass uns rausregen hier. Zum Haley, nicht, dass ihr noch PMCs angerauscht kommt. Kann man hier nicht durch? Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Freund oder einen Feind getötet habe. Da muss ich mal Karte gucken. M drücken im Spiel. Oh, ich habe einen Freund gekillt. Wenn dir was blau ist, ja, drückst du jetzt setz und sagst sorry und dann ist gut. In der Stadt, wo du bist, darfst du eigentlich, brauchst du eigentlich auch keinen Spieler schießen. Das sind eigentlich nur unsere Leute. Da brauchst du auch keinen Spieler schießen. Dann lieber lass dich mal abkennen, falls doch unwahrscheinlicher Fall, dass da mal ein Gegner hinkommt. Aber das ist so uninteressant für dich. Ich habe keinen Hut, ne? Na, der kam, guck mal, der kam um die Ecke. Was soll ich da machen? Das ist passiert. Das ist halt erschrocken, mein Gott. Passiert. Hier, das braune Fläche ist der Landefläche, ja. Aber habe ich jetzt dadurch, es gab, kam er Minus oder sowas? Ne, ne, gibt es ja hier nicht. Na, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal gekickt wirst, wenn du zu acht Spieler von dir erschießt. Wenn du das so oft machst, ja. Dann fliegst du, glaube ich, raus. Ja, mich hat jetzt ein Kumpel, glaube ich, erschossen. Das ist dann sinnlos sowas. Naja, machen wir nicht. Na gut, weil du noch looten wolltest wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Ja, dann wird sich auch erschießen. Naja, er lag da so da, weißt du. Naja, dann lass ihn liegen. Dann reicht es ja schon, dass du ihn erschossen hast. Das ist doch schon schlimm genug. Ja. Ja, okay. Hier wurde es ja auch nie gefallen. Ja, klar. Und dann ziehst du es nachher. Ja, aber ein Tag auf heißt es, der zuerst kommt, der mal zuerst. Ja, ein Tag auf, ja. Aber hier hast du jetzt Fraktionen. Die halten es schon zusammen eigentlich. Ja. Ja, klar. Ich habe das jetzt noch nie erlebt. Ich meine, einer hat auch am Anfang mal auf mich geschossen, ja. Passiert. Der war wahrscheinlich so wie du. Hat dann nicht damit gerechnet, dass es hier nur Fraktionen unterwegs sind in der Stadt. Oder hat mich nicht erkannt, dass ich ein DMC bin oder so. War aufgeregt. Und du hast immer noch Kommunikationsmöglichkeiten. Musst du halt fragen. Und du kannst auf die Map gucken. M drücken, dann siehst du halt blaue Quadrate um dich herum. Und wenn geschossen wird und du siehst keine blauen Quadrate, dann weißt du, okay, das kann nur ein Gegner sein. Okay, sehr schlimm. Au, ich sehe gerade bei uns nicht ein blaues Quadrat mehr. Nö. Die sind alle. Nur, äh, LeSoup, die TV, ist noch da. Wo sie... Aber ihn sehe ich auch nicht. Warte mal, ob da noch Basis kommt. Ja, ist sogar der dort. Ich sehe ihn auch nicht auf der Map. Wer? Na hier, noch so ein Spieler. Ach doch, hier ist er bei der Seegemühle, ist er. Jaja. Kann ich euch eigentlich schon beitreten? Du kannst zu unserem Surfer, du kannst mit uns mitkommen, ja. Du musst ihn einladen, in den Sport reinnehmen. Wie mache ich das jetzt? Soll ich da Freunde? Nein, wir müssen erst mal Freunde werden, glaube ich. Oder sind wir schon? Ja, ja. Ja, hier, wir spielen nicht, denke ich mal. Nee, wir spielen nicht, ich sehe dich nicht, ne. Bei Steam, ne? Wahrscheinlich, ja. Wann ich hier mal? Wie ist er auch? Und wie heißt du da? Wie heiß ich denn, Blei? Du musst es doch wissen. Äh, aber ich kann dir gleich sagen, wenn wir reden sind. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wir sehen uns dann deber � sixth. Bis zum nächsten Mal.